Gitarrenunterricht Gitarrenunterricht Hallo, mein Name ist Boris Kampi und ich möchte euch gerne zum Gitarrenunterricht in der Volkshochschule einladen. Hier bin ich seit über 25 Jahren und über 30 Jahre unterrichte ich Gitarre. Ich habe klassische Ausbildungen gehabt und lerne Jazz und das sind meine Bereiche. Zu mir kommen Anfänger, Gruppenunterricht, Einzelunterricht und auch Fortgeschrittene. Warum mache ich gerne in Volkshochschule unterrichten? Da gibt es einen wichtigen Punkt und das ist eine Freiheit. Hier kommen Menschen freiwillig. Und der zweite Punkt ist, dass ich mich an jeden Schüler anpassen kann. Das heißt, jeder Mensch ist für mich ein Original. Und genau so kann ich Unterricht immer machen, das original angepasst wird an jede Schule. Und so, von Kleinkindern bis Erwachsenen kommen auch Pensionisten, die einfach auch Gitarren lernen wollen. und auch Studenten, die weiter auf der Hochschule oder Musikgymnasien weiter unterrichten wollen. Oder Schüler von DERAG. Und so ist es ein breites Spektrum. Und ja, was könnte man auch sagen einfach. Willkommen. Das ist das. 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 Untertitelung des ZDF, 2020